jetzt kommt es jetzt kommt es das finale bis zurzeit schaust 5 grad dieses tag 15 uhr mal sehen wer gewinnen wird hier steht die europäische geht es nicht mehr das stadion lukaku ronald das ist hier gut durch, aber kann ich das 1 zu 0 machen, derweil wird abgeblockt warte b w 땡 weiter die 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 immer noch nicht getroffen mccarthy lukaku Romelu 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 Lukaku Romelu Lukaku Belgischer Nationalspieler Bale gegen Boni gegen Baines Bale gegen Williams den lässt er einfach mal stehen aber er kann dann am Ende nicht flanken KV Hall Absolut Barclay Norbert mit der Geflüchtlinge er die KV Lukaku muss man aufpassen die Großkirchen Lukaku Wohl 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 Kiri Sicherides Ausbauen D gekHello Eh Woh Kуб Woh K Und jetzt kommt der Lukas Silver. Und jetzt wieder Lukas Silver. Der so rumklappte leider nicht. Angriff für Real. Der läuft sogar über Silver, der die Flanke bringt. Rammelt in den Flutkopfball. Ergibber hält ihn. Lufthau. So Ronaldo, Ronaldo holt ihn sich da einfach mal schnell. Silver jetzt mit der Flanke groß. Schafft es da leider nicht. Kone kann sich den Ball wieder zurückholen. Ach, Barry. Aber groß schafft es gegen Barry. Pepe. Mit dem Ball nach vorne. Benzema. James. Ronaldo. Ronaldo. Marcelo. Lukaku. Keine Chance gegen Ramos. Ramos momentan zu gut. Ramos zu stoppen. Und Lukas Silver, der im defensiven Mittelfeld spielt, der reingekommen ist für Luka Modric. Hat hier einige Probleme. Hat hier Problemchen gehabt. Achtung, Mekate, die Materialien müssen schnell ein Tor machen. Die wollen, sie wollen nicht in die Verlängerung gehen. Sie wollen es nicht. Sie müssen sich jetzt gut anstrengen. Lukaku. Aber es wird, glaube ich, nichts. Es geht in die Verlängerung. In die Verlängerung. In die Verlängerung geht. Der musste. Mache ich jetzt kurze Cuts. Deswegen seht ihr nur die Highlights. Und jetzt gerade ist er wieder eine gute Chance. Lukas Silva. Lukas Silva. Lukas Silva. Abstoß. Ei, ei, ei. Silva, da ist Benzema mit dem Ball rein. Besic. Komm, Benzema, hol ihn dir. Sehr gut gemacht. Benzema. Fast hin. Es gibt nochmal einen Wurf. Für Real Madrid Marcelo. Will das jetzt vielleicht was? Ne. Williams hat ihn. Halbzeit in der Verlängerung. Das wird nochmal was hier. Real Madrid kann noch zweimal auswechseln. Deswegen kommt Morata jetzt rein und Isco. Isco und Morata kommen jetzt rein. Und hoffentlich wird es dann besser. Für die Madrilenen. Morata. Alvaro Morata. 1-0. 1-0 für Real Madrid. Es geht. Ramos, Ramos gewinnt, Ronaldo, schafft es aber nicht mehr bei Browning den Ball abzuholen, ok. Hilda kriegt Ronaldo nochmal die Chance, Ronaldo, nein. Und das Spiel ist um, Real Madrid hat gewonnen. Real Madrid hat den Global Challenge Cup auch noch gewonnen. Hier sehen wir die Spieler feiern. Gerade noch gewonnen, gerade so noch, Morata, 109. Minute, drift. Die All-Star-Spiele, die spiele ich nicht. München, auch noch mal. 25.